Willkommen zurück zu einer weiteren absaugstarken Folge Avatar Frontiers of Pandora. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Start bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Freunde. Bewerten, kommentieren mit eurem Discord-Namen für das Gewinnspiel. So, push it. Und, was gibt's hier leckeres? Stöckchen, 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 aber sonst irgendwie nichts, ne? Wo ist der geile, legendär, epische Loot? Wo habt ihr den versteckt? Na, die wissen direkt, wo ich bin, ne? Dann, nachdem sie den explodieren gesehen haben. War das ein guter Satz? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Sie haben gesehen, den explodieren und so. Boah, die sind stark, die Jungs. Hier lädt niemand nach. Nicht, solange ich hier unterwegs bin. Einmal. Ich werde das absaugen, endlich stoppen. Ah, schon krass, dass ein Gegner dich töten kann. Naja, gut, ich bin ja auch nur... Na, wie? Das bedeutet, ich bin nicht kugelsicher. Nächstes Ding. Oh, yes. Heilung. Nimmt man gerne mit hier drin. Denn wir wissen ja, jeder Gegner hier ist... ...tödlich. Absolut tödlich. Wo versteckst du dich? Bleib aufhörst! Hab ich dich? Es ist weg! Boom! Ach, Mist! Bleib hier zu! Ich bin eben gerade so schön... ...killen können. Oh, yes. Aber die Pfalz machen doch irgendwie Bock, muss ich sagen. Mir gefallen die ganz gut. Go, 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 go! Sonst verrext du hier drin. Nice. Positioniere mich neu! Erstmal schön ein Speer ins Knie. Ich habe mir die Schaubilder für diese Injektoren angesehen und sie sind ziemlich faszinierend. Wusstest du... Daylan, das klingt toll, aber wir stecken im Kampf. Oh, sorry. Manchmal vergesse ich, dass ich am Funkgerät sitze. Ach, Daylan. Du Nudel. Neue Knöchel-Dinger. Hm. Der Bonus ist nicht schlecht. Alright, wo müssen wir denn jetzt hin? Nicht drüben. Aber da sind wir doch hergekommen. Habe ich dir irgendwas übersehen? Ach, hier muss man noch die Generatoren... ...abschalten. Alright. Alright. Warte, jetzt muss ich... ...nochmal hier ran. Aha. Ach, der fährt sich dann wieder hoch. Irgendwas explodiert, wird schon stimmen. So, Injektor... ...B vernichtet. Jetzt geht bestimmt auch um die Tür auf. Injektoren abgestellt, Daylan. Du kannst den Rohren folgen bis zur... Wie war das noch? Fluchtfertigung. Sie nennen sie die Zecke. Ich geht's. Ich geht's. Also Zecken sind auch auf Pandora. Was Ekelhaftes. Ich dringe weiter in die Basis vor. Sei aber vorsichtig. Es sind bestimmt noch welche drin. Was ist da draußen los? Wir haben die RDA überrascht. Wir dachten nicht, dass wir mit den Navi zusammenarbeiten. Es sind leider ganz schön... Sorry. Viele. Moment. Mit Schmackes hier hoch. Na, essen wir auch mal wieder gut, oder? Ja. Ab zu den Sammelbuchten. Die RDA hat ihre Truppen neu aufgestellt. Sie leisten heftigen Widerstand. Ist das schlimm? Es ist chaotisch. Ich bin kein General, aber gegen Menschen und Navi zu kämpfen, verwirrt sie wohl. Wir sollten... Sorry! Schaffstelle! Alma? Hallo? Alles okay? Sorry. Wir sind okay. Das war knapp. Lass mich wissen, wenn du Harding findest. Bin dran, bin dran, bin dran. Weiter zur Verarbeitung. Hier verarbeiten sie das natürliche Gas zu Chemikalien zur Herstellung von Entzugsflüssigkeit. Da wird viel Druck in diesen Rohren herrschen. Wie nennt Alma das? Eine Achille-Ferse? Achilles-Ferse. Eine Schwachstelle. Eine Schwachstelle. Alright. Mann, viele Schlüssel hier. Und dafür bekomme ich... Eine Schrotflinte, die wahrscheinlich besser ist als meine. Jetzt Idees. Ihr wollt mich platt machen, hm? Boah, das tat richtig weh, hm? Boah. Wo ist das kleine Männchen? Ach komm! Was ist das hier für einer? Unsterblich. Wo bist du ja! Respekt. Respekt. Du heilige Scheiße! Wir haben die Leute und die Technologie. Was habt ihr? Außer Küpfe voller Lügen? Ich habe meine Freunde, Vorfahren und Ewa. Gut, wir haben zwar keinen Ewa, aber den... Na, vielleicht haben wir doch Ewa. Kommt drauf an, welche Drogen du in dich reinschüttest. Aber wir haben den ganzen Scheiß doch auch. Vorfahren, Freunde. Und Technologie. Und der Mensch hat was, was ihr nicht habt. Ein umfangreiches Entertainment-Angebot. Jetzt mal ganz im Ernst. Trommelkreise, singen. Ohne Drogen macht das alles nicht wirklich Spaß. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, einmal was basteln, okay. Aber jeden Tag irgendwas basteln. No way. Ich werde das Gelände überprüfen. Meine Shotgun-Muni geht hier gerade leer. Oh, die brennt. Ich erlöse dich. Gern geschehen. Oh, warum gehen denn die Waffen immer so schnell leer? Warum geben die auf einmal so wenig Muni? Deine Lenke liegt auch frei. Auf die Pfeile, ich kenne mit euren Waffen. Wo bist du hin? So, gasen wir sie mal. Noch irgendwo was? Hier? Was nu? Hier ist super viel Gift in der Luft. Okay, verstehe ich. Produktion. Ach, hier oben ist noch eins. Das hier, das hier, das hier, das hier, das hier. Hier. Warte. Da ist doch bestimmt noch ein bisschen Muni. Für einen alten Na-Wie. Na-Wie. Dann kloppt das Ding mal runter. Ersatzteile, Heilung. Wollen wir mal ein bisschen Essen reinbügeln. Wollen wir mal ein bisschen Essen reinbügeln. Deaktiviere die Abriegelungsmaßnahmen. Was ist das schon? Was ist das schon? Scheint so. Das war easy. Was ist das? Okay. Was ist das? Was ist das? Ja. Da ist mir noch ein Diss gegen meine Schwester rausgebügelt. Da sind sie, die Blauen. Da habe ich sie rumflitzen. Warum? Je mehr sie sich gegenseitig bekämpfen, desto besser. Draußen herrscht auch gerade Chaos. Die RDA ist langsam am Ende. Glaubst du, wir gewinnen? Wenn du sie dazu bringst, die Einrichtung aufzugeben, bin ich mir sicher. Na dann, zwingen wir sie mal dazu. Brustschutz, ich schaue rein. Es ist nicht besser. Deaktiviere die Abregelungsmaßnahmen. War da noch irgendwas? Was? Was? Hier ist eine Tür. Das waren das hier connected. Dienstpläne. Ja, wie komme ich jetzt hier durch? Muss ich hier überhaupt durch? Ne, von da sind wir gekommen. Also, was übersehe ich? Hier kann man nicht durch. Ihr will haben, dass ich das Ding hier rausholen. Hier ist noch eins drin. Ah. Das führt jetzt zu wohin? Hier hin. Diddel, diddel, diddel. Ich bin schon fast dort. Okay. Wenn du die Zecke siehst, bist du da. Ist nicht zu übersehen. Dort sind kleinere Tanks. Du musst die Rohre zerstören und das Ventil schließen, um Druck aufzubauen. Und ich suche eine Zecke. Habt ihr die zufällig gesehen, Jungs? Oh, das ist schnell. Wow. Joa, frag mich mal. Oh mein Gott. Da war der. Die ist tot. Jetzt hab ich dich! Die ist auf jeden Fall tot gewesen. Hier wurde nett weggemordet. Ich glaub, hier bin ich auf dem richtigen Weg, hä? Moment. Hier gibt's noch Rohre, die ich zerlegen muss. Der zerballert hier wirklich komplett ne Anlage. Der Boy. Hier an den Kessels sind noch welche. Und hier drüben. Jetzt das Ventil, oder? Exakt. Nein. Boah, knappes Ding. Wo ist das Ventil? Da oben. Glaub ich zumindest. Nö, nicht da oben. Das ist B. Wir wollen aber A. Da war mal zu hier. Die Anlage platzt. Boah. Alter. Wow. Ich muss hoch, weil ich hier vergast werde. Kann aber nicht. Weil ich zersiebt werde. Spenden kann ich auch nicht mehr. Bin ich hier in Deckung? Bin ich nicht. Alter, what? Ey, die Kik, das sind so übermenschlich, ne? Ventil ist zu. Jetzt zum zweiten. Erst Rohre, dann Ventil. Aber pass auf das Gas auf. Ah, pass auf das Gas auf. Ich verliere schon Leben. Nimm die Stellung ein. Ich kann auch meine Sinne nicht verwenden, wenn ich... Wenn ich begast bin. Wenn ich begast bin. Ist er tot? Das war ganz schön mies. Wir hier aber auch wirklich systematisch diese Anlage auseinander nehmen müssen, ne? Also nochmal rein in die Seuche. Das war nochmal hier hin, weil da ein Deckel im Weg ist. Dann das Ventil. Oh nee, Alter, kommt die schon wieder? Dreh! Dreh! Ganz schön viel Gas. Oh, der Kontrollbau. Ja, dort kannst du das Gas ablassen. Lauf! Wie kann das so schnell sein? Ja, ich werde aber gerade zerpflückt. Und zwar aufs Widerlichste. Irgendwo da hinten hin, wo ist ich? Ja, ich bin wichtig, verdammter Mann! Keine Chance! Habe ich ihn, ja. Suche nach Feind! Zu viel Angst, um anzugreifen, was? Muss ich da drüben hin? Wo, was? Nein. Da muss ich nicht hin. Also war ich doch irgendwie richtig und dann gibt es da wohl noch irgendeinen Weg. Durchhalten. Im Notfall habe ich hier noch eine Heilung. Boah, hier ist auch schon alles voll gegast. Nö, Alter, hier geht es runter. Hier bin ich auch nicht gas sicher. Doch irgendwo da drüben hin. Was ist das? Alright, gefunden. Puh, was ein Stress. Gas wird abgelassen. Das heißt, dass die Notfalldruckventile offen sind. Wenn du sie zerstörst, war es das für die Zecke. Wird eine große Explosion geben. Also sei vorsichtig. Komm her! Boah, Flammenwerfer, du. Stopp! Ich finde es geil. Boah. Wo ist der andere? Alter, das Ding ist richtig strong, ne? Danke, danke, danke. Danke, danke, danke. Ich habe doch Nachladen gedrückt. Nichts wie raus hier. Nichts wie raus hier, sagte er. Anscheinend geht es hier raus. Boah, Alter. Boah, frische Luft. Na, aber die sind jetzt irgendwie doch noch alle geflohen, ne? Zumindest die meisten. Zumindest die meisten. Alter, was ein Massaker, ne? Aber wir wissen, Pandora... Er holt sich super schnell. Boah, noch so viel Dampf. So, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und... Tschau!